Wir hatten heute einen wunderschönen Tag. Wir sind den ganzen Tag Auto gefahren und was gibt es dann schöneres als sich abends noch im Omnia was zu kochen mit den Zutaten, die man da hat. Heute machen wir mal moussaka. Dies sind unsere frischen Zutaten, die wir haben. Das ist der Rest, der benötigt wird. Mia moussaka para galo. Und natürlich ein Sonnenuntergang, wie aus dem Bilderbuch. Und hier noch die Männerausstattung nebenbei. Und jetzt Wasser, bis die Kartoffeln bedeckt sind. Und hier, bis die Kartoffeln beherrscht. 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 Die Meatballs nehme ich in diesem Fall aus der Dose, weil mir das nicht so ganz Jauker ist, mit frischem Halbfleisch bei 38 Grad tagsüber. Und hier, bis die Kartoffeln beherrscht. Und hier, bis die Kartoffeln beherrscht. Kein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020